so klappt das einwandfrei resume game und weiter geht's der aufzug ich wollte den aufzug drücken da seht ihr innerhalb von drei minuten vergesse ich sowas was dann erst wenn ich eine woche lang nicht gezockt habe ich hasse aufzüge ich hasse sie aber nicht wenn ladebalken kommt i wish i could forget about all those horrible places i'd rather have them as my own memories and not this mix of feelings my mental privacy has been compromised and at the same time i feel guilty as someone who regrets having stolen something precious from its rightful owner which was the fate of the professor what kind of punishment would make him pay for the suffering and the deaths of his countless victims also er wünschte er könnte alles vergessen und er fühlt sich als hätte er die gedanken von jemand anderen gestohlen und was ist mit dem professor passiert welche art der bestrafung lässt ihn für all das bezahlen was hier zahllosen opfern passiert ist chapter 2 the auditorium ach das war schon chapter 1 guck mal an jetzt sind wir im auditorium oh wir rennen wieder machen wir erstmal die note ne felix lundberg gothenberg sweden 1954 artist sculptor connected to diverse missing persons by witnesses and relatives doorway's investigations detected that he was one of the last persons to interact with the victims the case has been kept under wraps given his social status he is a renowned sculptor and a consultant for the royal swedish academy of fine arts the place where several missing people were last okay der nächste der nächste psychopart und wieder doorways investigations also wir sind irgendwie eine ermittlungseinheit oder oder ein privatdetektiv ich weiß es nicht er ist ein ein wie nennt man das wenn jemand skulpturen macht wisst was ich meine und ein consultant für die royal swedish academy of fine arts und das ist der ort wo viele personen verschwunden sind ein hebel ist erschienen jetzt werden wir es wahrscheinlich mit skulpturen zu tun bekommen ich gucke mich mal hier ein bisschen um wir rennen wieder ganz schön flott okay ich weiß nicht an von was das ausmacht ausgemacht wird was was tut sich hier nix ne genau gar nix perfekt äh kommt man da rein nee ich glaube nicht dass man da hoch muss so dunkel wie das ist ähm okay skulpturen ich glaube wirklich wir dringen in den verstand ein um zu gucken ähm was mit den leuten passiert ist oder verstand ich weiß ja nicht ob die noch leben oder in erinnerungen oder tief irgendwie psychisch in die fälle ich habe da gerade so ein bisschen das cell im kopf aber irgendwie sieht das so aus das müssten wir doch wir können zumindest da drauf vielleicht muss man nicht eben vielleicht pumpt der ja irgendwas ne da ist die totale dunkelheit da unten deinem klavierschlag wieder gelandet auf dem stein oh ist ja schwungvoll ich guck mal in die notes wenn ich auch die richtige taste erwisch okay wir haben keine neuen keine neuen notes items haben wir auch nix mehr wir haben noch relikte diese komische statu mhm eine statu und ein skulpturkünstler ist das denn da eigentlich da leuchtet es oh ein rad da drehst du am rad wo kommt das jetzt rein vielleicht auf die andere seite nee ne das macht doch gar keinen sinn äh vielleicht auf die rückseite des dings da das könnte sein warte vor allem weil da auch noch so ein Vorsprung ist ähm oder auch nicht ah ah ist kaputt zack kaputt ist es cool es wird gespeichert ich finde das spiel bis jetzt nicht gerade besonders gruselig persönlich aber ich finde es irgendwie sehr geil in Szene gesetzt ich mag diese flashbacks und so und diese diese hier gerade diese ideen mit diesen sich bewegenden statuen und sowas ist schon echt geil gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir das sieht immer so aus als würden wir wirklich so in andere bereiche eines verstandes eindringen ok links rechts geradeaus wir fangen links ist was zu sehen aber da kommen wir noch nicht dran dann rechts geradeaus würde ich jetzt noch nicht gehen wollen da ist was da oben kommen wir bestimmt auch drauf ah und da kommen wir weiter ok da wollen wir eben gucken was das ist da wollen wir einen Schlüssel oder sowas führen das sieht aus wie ein Schlüsselloch ähm ja dann dann genau gar nichts wir brauchen einen Schlüssel dafür der Schlüssel macht wahrscheinlich die Brücke da oben zu ähm da hinten kommen wir nicht lang da müssen wir wohl hier weiter was ist das das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das macht aber anscheinend nix das gefällt mir geht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und man muss erst sehr intim mit dem Künstler werden, um zu erfahren, was dahinter steckt Research all the clues, answer hidden somewhere else Ja klar, wir müssen da rumlaufen Er hat eine Vermutung über ihre Natur, aber er hofft, er liegt falsch Okay Alter Ich glaube nicht, dass ich da hingehen muss Dann hätten die da irgendwas auffälliges hingebaut Ich glaube eher, die Lösung ist hier in dem Raum Weil, ähm, ich kann da hinten echt nichts auffälliges erkennen, also Das muss doch Siehst du da oben? Na gut, ich geh hin Äh Äh Habe ich eben erwähnt, dass ich Aufzüge hasse Ähm Na nun? Kann ich wieder hoch? Ich kann nicht wieder hoch Bang 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 Oh, das sieht ja sehr einladend aus Da ist eine Note Da ist eine Note Ich habe nach einer tiefen Umgebung in dem Museumskulptur Vor mir konnte ich eine Skulptur sehen, die mir die Schmerzen gab Ich konnte nicht genau verstehen, warum Bis ich erinnern konnte, wo ich ihn gesehen habe Seine Gesicht war das gleiche als eine der missingen Personen, die ich für mich verabschiedet habe, während ich diesen Fall verabschiedete Also dieses Stator hat das gleiche Gesicht wie einer der vermissten Personen Er war ein Mann, der letzte Mal mit dem Skulptur gesehen wurde, in einer seiner ökologischen Exkursion aus seinem Haus Der Körper der Skulptur hatte einen klassischen Stil, der für die Perfektion erreicht hat Aber sein Gesicht war silenzulich für Hilfe und er guckte mich, um etwas zu verabschieden, das ich nie komplett verstehen würde Ähm Ähm Für etwas, das unser Kerl hier nicht versteht Es war etwas über dieses Statue, das kept mich auf meine Beobacht Ich konnte nicht verstehen, was Für mich, die Statues waren nichts mehr als Statues Und sie konnten mich nicht schützen Aber für die Skulptur, es war etwas anderes Die Repräsentation der Kraft, Macht und Schönheit Applied als Verabschieden zu einem anderen Schmerzen Er weiß nicht, warum er die Statue noch weiter anguckt Ähm, für ihn ist es eine Statue Aber für den Erschaffer ist es etwas anderes Die die Repräsentation von Stärke, Kraft und Schönheit Ähm Angewendet als Bestrafung für einen Feind Und langsam kriegt er hier Angst vor den Statuen Das ist eben auch schon so gebimmelt Da sind noch weitere Statuen Da geht es nicht weiter, ne? Was war das? Das klang wie ein Knurren Oder wie eine, wie Eine Statue, die irgendwie über den Boden rutscht Da ist noch eine Node Da leuchtet es auch Ach ne, das ist keine Node Das ist Das ist ein Foto Das sind wahrscheinlich alles seine Opfer hier Vom Sculptor Wir hatten ja den Professor Und jetzt haben wir den Sculptor Das ist bestimmt ein Foto seines Opfers Der hat Statuen draus gemacht Was haben wir hier? Wir brauchen Schlüssel dafür Aber da der Aufzug nicht wieder hochfährt Nimm ich mal an die Schlüssel Finden wir irgendwo hier Müssen wir das Foto vielleicht hier platzieren? Geht das? Ne, ne? Ich probiere es trotzdem mal Hallo I Inventory Ah ne, ist ja eine Node Oder? Item habe ich nicht Nodes Jetzt redet er nicht mehr Ne, damit kann ich nichts machen Okay Hier hat es eben geknurrt Komme ich hier irgendwie hoch? Ne, ne? Das ist lächerlich Ich gehe mal zurück Wochen überall für diese Schlüssel Kommen wir nicht mehr hoch? Äh, ne Okay Wo könnte dieser Schlüssel hier liegen? Der einzige Weg Wo wir nicht lang können Ist hier Ach guck mal Da können wir runter Na, da hätte ich mal gucken können Dann wieder hoch Äh Das sieht schon irgendwie Unheimlich aus Kommen wir hier hin? Ach, da kommen wir wieder zurück Ah Okay Na dann Die nächste Statue Warum Die sehen alle so aus Als würden die sich bewegen Die Dinger Ich weiß auch nicht Er hat was in der Hand Nein Doch nicht in der Hand Äh Was ist das? Das ist auf jeden Fall so eine Säule Schieb die mal ein bisschen ins Licht Dann vergessen wir die nicht Dann kann ich das Achso Ah Wo ist das so hin? Bin ich da dran? Ja Höh Äh Was? 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 Wo hat er den Schlüssel hingeworfen? Ja, ja Komm Schön, schöner Schlüssel Wunderbar Äh Kann ich nicht Nein Natürlich Ja, ja Nimm den Schlüssel Nimm den Schlüssel Braav Nimm das Ding Ja, ja Take what you need And disappear Wollte ich doch Wenn er da erstmal so Bäh Scheiße, scheiße, scheiße Ich logge ihn jetzt erstmal wieder hier hinten hin Kommt der nicht Ich muss den Schlüssel wieder nehmen Ist alles ein wenig zäh Geh weg, geh weg, geh weg Woah Ha 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 Und zu Ich muss den Schlüssel Ich muss den Schlüssel Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020